So ist es richtig! Weiter, wir sind schon fast am Aufzug! Wir haben sie endlich abgehängt, Jungs! War doch ein Kinderspiel! Jetzt seid ihr echte Ödländer! Kommt jetzt, knöpfen wir uns den Anführer der Metallschädel vor! Wir geben eine irre Trophäe ab! Wir machen Mars' alte Waffe klar und dann... Bumm, Baby! Stürmen wir das Nest mit Dauerfeuer! Teufel, ja! Wir schalten alle aus! Gemeinsam! Wir drei! Seite an Seite! Nichts kann uns aufreffen! Nein! Äh, wie? War gleich Plan B? Das Spaltfahrzeug ist fertig. Aber wenn mein Vater recht hat und der Ring im Nest der Metallschädel ist, wie bekommen wir dann das Fahrzeug dorthin? Schräg! Bruder, gewusster Freund der Transportmittel brauchen wir Metallschädel angreifen! Bruder, du bist der Größte! Lurker Ballons sind feinste Transportmittel in der Welt, aber sind auch leichtes Ziel! Stimmt, bringt ihr das Spaltfahrzeug zum Nest. Ich bleib hier und geb euch Deckung beim Losfliegen. Nochmal, dein Freund zu sein ist totaler Mist! Ich will auch in den Ballon! Ihr beschützt Stadion, wenn wir Ballon für Flug fertig machen! Oh nein! Da kommen sie! Mit tollen Scherz! Auf, auf und davon! Wie schön, davon zu schweben! Und wir sterben hier unten! Wir treffen uns beim Nest! Bis dann, Jack! Sei vorsichtig! Ja, Jack! Sei vorsichtig! .